Musik 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 Oh ja! Zertun! Die reiche am Anfang aufwand! Wer möchte das nicht? Musik 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 Oh ja! Musik 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 Was spielt sie jetzt? Was ist jetzt drum herum spielen? Frierst ihn ein Ja, einfrieren Und dann Damage ins Face Warte, Step 4 Okay, Damage wirst du dir wahrscheinlich Face gehen Hä? Wurde gar nichts machen Und wenn sie bitte gestrumpen sind Eines Tages werde ich so richtig sein wie ihr. Eines Tages werde ich so richtig sein wie ihr. Einfach bloß damit er die Zauber nicht geringer ausspielen kann. Da habe ich nämlich keinen Nerv drauf, auch wenn jetzt da vielleicht Holy Nova ein bisschen too much war. Aber wie viele soll der noch liegen haben? Er baut halt meist auf Zauber und nicht auf Minions. Den kann ich gleich erstmal übernehmen. Alles klinisch getestet. Das war's. Oh, ihr wollt ein Zauber würden? Ja, das will ich auch. TableRaw, moin! Hm. War das scharf? Er wird scharf haben. Irgendwas. Ja. So. Aber wenn ich jetzt nichts anstellen, dieses Team muss ich das gleich nochmal machen. Oh-oh. Oh-oh. So. Was ist das da oben links für ein Glas? Das ist vom Cheering. Man kann ja cheeren oder donaten, also spenden und so weiter und da füllt sich dann das Glas. Das wurde mal Anfang des Monats geleert. Genau. Dafür ist das halt, ist einfach bloß symbolisch, um das darzustellen. Ja, wenn du so willst, kann man, kann man so auch sehen, ja. Ich muss jetzt schon wieder vorsichtig spielen, ne? Danke. Schön, wenn's dir gefällt. Schön, wenn's dir gefällt. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Oh, mein Gott, nein. Das wird ein Game gerade. Was ist für ein Deck? Ist das ein Metadeck? Nein, das ist jetzt kein Metadeck. Das ist ein sehr erfolgreiches Cetun-Deck damals gewesen, als auch Cetun sehr aktiv gespielt wurde. Da fehlt allerdings eine Legendary. Und zwar, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, äh, wie heißt er? Ah, ich komm gar nicht drauf. Der Typ, der, wenn Cetun zehn Angriff hat, dann kommen zwei vier Sechser-Spotter raus. Ja, ich kenne den, okay. Dann weißt du ja Bescheid. Es ist einfach bloß, ich hab jetzt gerade mit dem Pirate ein paar Mal übelst auf die Mütze gekriegt und ich dachte, weißt du was, scheiß drauf, ich bin schon wieder so weit, ich bin jetzt schon wieder gesunken. Jetzt spiel ich einfach mal Just for Fun. Cetun-Deck. Es ist auf jeden Fall mal Handlung da. Es ist nicht einfach bloß so ein Ja, entweder klappt's oder klappt's nicht. Einfach mal so zwischendurch, Just for Fun. Seid ihr mein Max, seid ihr mein Max. Seid ihr mein Max? Geht! 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 Was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt Zitun ausspiele Der hat halt Eisblock drauf 100 Pro Da komme ich nicht dran vorbei Ich danke dir für deinen Follow Schön, dass du da bist Also ich werde jetzt das Board clearen müssen Ich habe nämlich die Heilung nicht mehr Bleibt mir nichts anderes mehr übrig Als den zu spielen Leider Gottes Er wird ihn gleich verwandeln Was soll ich machen? Ich habe keine andere Chance gerade Jetzt kommt es scharf Was soll ich machen? Lol Das war nicht Eisblock Das war nicht Eisblock Das sucht er die ganze Zeit oder was? Ach du Scheiße Scheiße Ja kannst du Äh Gebe einmal Ausrufezeichen Tag ein Oder warte Müsste hier glaube ich sein oder? Ausrufezeichen Tag Ja genau Sorry Sorry Siehste Mit dem Out of Metadeck gewinnst du halt Bis zum nächsten Mal Düss Hopefully es kein